So, wir haben hier so eine schöne Zeit gehabt wie dieses Lied hier. Ich wollte jetzt hier mal den Huss von Bütte in der fernen Form. Wir sollen nun vier Stunden in Schnee fahren und es kann sein, dass die Schnee hier alles weg ist. Ich habe hier einen kleinen Hund, der will hier ein bisschen mit mich spielen und der will mich hier ein bisschen belegen und ich kann mich dafür. Ich habe hier einen kleinen Hund hier sehr schön. Ich habe hier mal die Wollte dort. Es fängt hier an den Schnee bewegen und nun muss ich ihn in dieser Kalle nennen. Dann steht Wach vor und es ist aber auf dem Wach nur Two Hills. Und das Hund hier soll ich hier spielen mit mir. Ich habe hier einen fernen Spächer dort. Das leh ich immer so, Spächer zu sein. Denn ich habe mir gesagt, hier haben hier sehr fernen Tiere, so wie sie uns schon gesagt haben. Die haben dort den Fluss in Narifah. Die haben hier eine Brede, weil das ist der Junge hier. Die ist hier auch mit mir hierbüten. Und da haben sie in Narifah, da haben sie immer mit ihren Maschinen geflogen. Das ist nun alle hart eingefroren. In der Zahe, die haben hier auch viele entelopen, Deers. In allerhand andere Tieren sind hier auch sogar Bären. Und die wessen ich nicht unbedingt von dich bezahlen. Die sind mit euch ein bisschen gefährlich. Die wurden ja ruhig mal für solche Ante gerieben. Ich habe einmal geträumt mit so einer fernen Wirtschaft aus dieser Hand. Wir wohnen in der Stadt. Wir haben es aber nicht. Da hat es der Gas. Der Gas ist weit offen hier. Der hier ist kein Verkehr nicht. Wir hatten eine lange Abfahrt. Jetzt sind die Bäume da. Und wir freuen uns, dass wir hier in Klinipät hier mit dir nicht auf dem Weg gehen. Wir sind hier bei William und du sind Martens hier in Slave Lake. Und wir hatten hier bloß eine sehr schöne Zeit mit diesem Lied. Hier, kicken wir mal das Frühstück. Wir sind der Rechert, wenn er nicht der Frühstück. Weißt du? Der Ehrgebrot in Schauer, in Oberland. Dann schickte man das hier. Dann hat die Tante hier noch so eine feine Kommssuppe gemerkt. Kommssbosch. Nein, wie der Mann. Das schmeckt aber grünlich. Sehr schön. Weißt du? Dann hat er eine feine Tite in der Tür. Uns Brüder hier ist die Prede von der Tür hier, von der Beichtschule Tür in Slave Lake. Und wir hatten jetzt ein sehr Schmuckertprogramm. Und der hat uns hier danach. Wir hatten sehr feine Schluppe. Sehr fein spaziert mit dir. Wir haben trotzdem ein bisschen über Israel geredet. Das sind auch immer in Israel gewesen. Dort wird uns immer sehr schön über so etwas dort reden. Und dann schickte ich mal. Hier haben wir noch eine ganze Klampe Wittenschnei. Da muss ich nicht mehr so die Hand vor. Einmal eine Feierstunde vor von dir. Kein wird von der Pernowitsch auf die Hand. So, wir freuen uns sehr, dass wir können mit diesen Tipps sein. Und uns ein bisschen ansparende Jesus-Notenfolie an der Däunen mit den Gauern, was wir uns gejift haben. So, wir wollen eben da bloß mit dir wissen, wo wir uns in meiner Miette hier wohnen denn, weil wir eine Schmuckertid haben mit dir. Ja, kannst du immer wie gut sagen. Heute läuft, wir werden fern gestern? Oh, das ist sehr schmuck. Oh, das ist sehr schmuck. Sehr schmuck. Sehr schmuck, sehr schmuck. Sehr schmuck. Sehr schmuck. Ja. Und das wird bloß schmuck, weil die liegt in der Schintanlehre dort, weil wir hier doch niemand sein in seiner Hand. Aber wir sind Brüder und Sester im Hand. Er stört nicht schmuck, weil wir können so stark als Gott seine Familie uns treffen und wie viel uns zu sich damit haben. Soll ich schmuck? Ja. 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 Und das Eten, wie wir gesehen haben, wir freuen uns zu besuchen. Und nun, wo wir uns auf den Weg machen, nun das nächste Programm in Two Hills, Alberta. Habt ihr alle vertrankt? Wo habt ihr mit euch geschaut? Gehen wir. Das sind alles plötige Menschen. Das sind alle plötige Menschen. Es ist doch nicht spannend, wenn die alle drin kommen. Seht ihr denn hier? Das ist ein bisschen schwierig, okay? Ja. Das sind alle plötige Menschen. Ja. 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 Das ist so, dass der Winter immer gestorben hat Gehen wir einen richtigen Kontos, nicht die Beladen Ja, das ist Drumheller Das ist die Stadt, wo sie alle Dinosaurier gefunden haben Die große Knöckers, wo die große Tiere hier haben Und die haben hier ein großes Museum Und das ist Drumheller, Alberta Ich habe immer versucht, die Lichter zu gehen Das sind die Typen, ich habe bloß nicht fände Schau an dem hier Auf seine Typen, Schnee Klampen zu gehen Wir kommen hier Wenn ich hier nicht stoppe, da war ich meistens bei dem Schnee Im Schnee sein Da eben im Ternsefer stoppen Jetzt sieht es so aus, ich habe jedes Mal ein Wertfleck gewesen Jetzt sieht man, wenn es so ein Wertfleck Ich stoppe die Stöhne hier und wenn der Schnee da immer püßt Dann bleibt der Schnee hier liegen In dieser Licht will ich mich da ein bisschen Und ich will die, dass die da auch sein können Ich weiß nicht, wie das hier rauf geht Aber das kann einmal sein, dass ich immer wo nicht rauf kann Wow Aber, das ist noch mal ein Das ist noch einmal ein Däp hier Aber ich möchte nicht immer so ein Schmack wie es ist, dass es noch mehrlich ist Wenn ich jetzt nicht schaue, wenn ich das finde Kijk mal, wie das alles eingefroren ist Das Wotermatt hier ist der Zee geplanscht Ich will hier versuchen, hier rauf zu kruppen Wow Ich muss sagen, dass das auch krat genug ist, dass ich hier nicht einmal durchplumse war Jetzt kijk die mal an Das ganze Licht, das macht aber sehr Däp sein hier Wild sind die Öffnis, eh? Ich will hier nicht zu weit inwohnen Aber einmal plumpse ich hier durch Und hier kann mich keiner helfen Meine Frau, als das ein Wied Das ist ein Jahr in Wärmnis, meine Frau Und ich sehe hier ganz allein, wie das Däpe Licht Wenn ich hier einmal durchfalle, das wird einmal knacken Dann sieht ich hier an die Birne Oh, warte, Leif Wir wollten ein bisschen gehen, als Jan Der hat sich auch immer so in der Riefe immer gekullert Auf dem Bruck Er hat wohl nicht echt fallen Er hat einen Beldeser hier gehört Das Wotermatt der Bruck, wenn ich den bewässere Und wenn ich hier ziehe, dass ich mir fern der Konto Erstens wird hier sehr wendig Und dann wird das Wotermatt hier nicht geplanscht Und dann wird das Wotermatt hier Und dann wird das Wotermatt hier Das ist, was ich da sitze Und wenn du ein bisschen höher Du sitzt nach dem Wett oder was Ich kann nicht viel von Wett Weil ich wollte ein bisschen leer gehen So konnte ich ein bisschen sitzen Kommen wir fern die Angefroren sind Das ist alles hohe, das Wotermatt Und dann, wenn ich hier kenne das Da sind die Wettflächer Da wird einmal das Schäuble-Sipp nicht sein Da hat ein Buss jetzt in der Windmühle Dann wird das andere Dann wird das andere Ich habe mich auch noch ein bisschen seine geboren Dann wird ich noch einmal versichert hier rauf zu gehen Auf das Eisten ab Alright So Das ist hier 9 Grad kalt Und ich dachte mir so Ich weiß nicht ob das ein Licht abkommt Und ich weiß nicht, ob das hier auch sein kann Ich weiß nicht, was ich in einem Kambiun Mal wiesen, was ich hier vorrede Das Foto auf dem Highway Das ist ein hochweg Aber hier ist nicht viel Verkehr Ich leid, als hier ein Stad Für minus 10 warst In minus 15 Dann frisst er was Das hier alle hart an Und ich habe mir auch gesagt Das ist ein Lichthafen Sehr viel Fisch hier bin Aber dort wo ich Ich war hier nicht in ein Loch gerufen Weil sie die dann in ein Loch durchbohren Mit einem Bohr Dann würden sie da Eens für die Mertappel Licht hocken und fischen Dort habe ich hier sein Ich leid, das hat einmal getan Aber das hier ist sehr schön Ich zeige dir einmal die Fische Das sieht mir sehr schmack Weil die kleine Hüste Ab dem Eishand Und den ganzen Tag Ich werde hocken und fischen Dann werde ich hier rausgehen Sobald ich hier war Abgekommen auf dieser Kahn Dann werde ich mal drei Wiener werden gehen Diese Stabbes hier Von dieser Von dieser Charps Oder whatever das ist Schauble Die sind an die Morte hoort Die sind ganz witt hoort In die Fräuse Das ist Ich meine, die mit der Füge in Kiel Das sind an die Morte Stange sind Weißt du, die sind an die Morte hoort In der Spätenbiet An der Beinwand Die ich will gehen Ich hoffe, dass ich nicht Gefallen habe, was ich hier Gewesen habe Von dieser Von dieser Angefroren Lächte Das ist einmalig für mich Auch Dass ich hier seine Konvention Wie hier vorbeifordern Ich würde sagen Wir haben ein bisschen Tief von der Auffahren Konzent Ich dachte, dass ich hier seine Wirtschaft aus dieser Wiese Weil das wird vielleicht für viele von Jungen interessant sein Wenn es viele von Jungen hat es vielleicht auch nicht Eure sein Aber ich soll ihnen vielleicht diesen Pol Hier wiesen Sehe ich mal den Pol Das ist alles Eis Seht's Das ist alle Eis von der ersten Saison von dem Schneistarm Hart Angefroren Eis Das ist alles Das ist alles Das ist alles Das ist alles Ich dachte, dass ich auf dem Tünen was stoppen Und das wird ein bisschen Wie ich dachte Ich war hier meine Frau auf dem Bild zu machen Und ich war die andere Einladung Das ist meine Frau Die versucht sich auf dem Bild zu machen Als ich Da habe ich Ich habe die Kamera ein bisschen verstaut Und ich freue mich Ich habe ein vernünftes Bild Aber das ist okay Ich war hier Anstrahlen Das ist ein schmacher Bild von uns Weil ich zwar in Paraguay in Bolivien merkte ich mal was ich rede Da kann ich das Wurde drin und das ist bloß ein bisschen aufhaken und ich habe sie dort an Dann wollte ich hier ein bisschen das auch was gehen Ich will die Blössache Wenn ich hier gehe dann ist das ganz aufverschämt sehr glatt Aber sehr glatt Weil ich nicht ganz klingel Stopp und dann legte ich hier Fuß überred und dann